Hallo zusammen, hier ist wieder der Deutsche Land und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute also einen kleinen Tollguide präsentieren. Heute geht es um ein Toll, das wir von einem Rare kriegen und dazu bin ich einmal im Azublauen Gebirge und war hier relativ weit unten am Meer dran auf den Koordinaten 2049 und dort haben wir eine Höhle. Diese Höhle, warte ich laufe mal kurz raus, dann seht ihr das ein bisschen besser. Also hier direkt an dem Steilhang ist einmal diese Höhle dran. Und dort drin kann ein Rare spawnen, der schimpft sich hier ganz nah, der unerträgliche. Und der hat wiederum eine gewisse Dropchance. Ich habe auf Überwert nachgeschaut, aktuell liegt sie bei 11%. Und ja, das Toy heißt dann einfach ganz nahes Lieblingsessen. Das ist hier einfach so ein Bär, oder naja, nicht Bär, sondern ein Föhrbeug. Hier auf dem Bildchen sieht man es im All the Things. Und ja, den konnte man relativ easy umhauen, hat wie gesagt eine 11%ige Dropchance und eben habe ich das Ding mal rausgezogen. Ich würde sagen, wir schauen es uns jetzt mal an. Ganz nahes Lieblingsessen. Und was macht es? Es schafft einen eindringlich unerträglichen Geruch. Perfekt, da brauche ich keinen Toy für. Das schaffe ich auch so, aber wir gucken es uns dennoch mal an. Also setzen es mal ein. Oh, wir werden ein bisschen nach oben gekickt. Und wir haben dann, denke ich, ah, wir haben so eine Giftwolke um uns rum. Warte, ich gehe mal aus dem Bären raus. Vielleicht sieht man da ein bisschen mehr. Ja, ah ne, die Wolke ist hier, aber... Ah, die bleibt dann auf der Stelle. Okay, die geht nicht mit. Ich dachte jetzt gerade, dass das irgendwie sich mitzieht, aber das waren eher die Flammen von der Bärgestalt. Ja gut, okay, da habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Ich dachte, den Gestank ziehen wir einmal noch ein bisschen mit. Aber es ist wieder ein Tollmeer in der Sammlung. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder mit dem kleinen Tollguide. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also der Rare und die Höhle ist hier unten bei den Koordinaten 2049. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.